Ich bin Jessica. Ich bin Sarah. Und was wir von Nora und Claire schon immer wissen wollten? Welches Tier sie gerne wären. Claire, welches Tier wärst du? Ich glaube, ich würde gerne ein Loi. Weil ein Loi für mich einen starken Charakter zeigt. Und welches Tier sie gerne wären? Ich glaube, ich würde eine Katze sein. Denn sie muss halt nichts machen. Sie kann einfach nur schlafen und essen.